Grüß Gott! Wie kann ich dir helfen? Guten Tag, ich suche eine Hose und ein T-Shirt. Welche Hose brauchst du? Bitte eine kurze Sommerhose. Hier bitte, welche Farbe gefällt dir? Wir haben blaue, weiße, gelbe und grüne Hosen. Bitte, ich nehme die blauen Hosen. Welche Farbe soll das T-Shirt sein? Wir haben weiße, gelbe, blaue, rote und schwarze T-Shirts. Bitte, ich nehme das weiße T-Shirt. Möchtest du die Hose und das T-Shirt probieren? Gerne. Geh ums Eck. Dort ist die Umkleidekabine. Danke sehr.